Ja hallo, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ist das hier ein Trimaran oder wie nennt sich sowas? Geht ja auch skurril aus, ne? Prince of Minis Alter, ist halt schon schön Cool, ne? Cool Gibt ja auch komisch aus, ne? Habt ihr auch noch nie gesehen, so ne Konstruktion hier, ne? Danke Ja, so ne Mischung aus Katamaran und Oh Gott, schöner Osche hier, ne? Auch hier mit zwei Decks auf jeden Fall Ich schätze die Länge bestimmt 30 Meter oder 50 Meter Australia Australia Adriatic Lines So, jetzt nochmal die Rückansicht Na ja, hier auch die Motoren hier hinten anscheinend Strahlen Ja, schon beeindruckend, ne? Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen Dann bis zum nächsten Video